Ja, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Leute, ich sag's euch, was war das für ein geiles Spiel gestern. Leipzig gegen Schalke. Also, dass wir in Leipzig, ja, 3 zu 1 gewinnen. Aber ja, das hätte ich nicht gedacht, ne. Also, ich hatte zwar auf dem Dich gehofft, klar. Aber dass wir die da so runterhauen, gleich mit 3 zu 1 da, ne, das war der Hammer. Also, wir waren 3 zu 0 in Führung, ja, kriegen dann noch durch einen Übelfehler ein Gegentor da, ne. Aber gut, der war dann im Endeffekt auch nur für das Ergebnis Kosmetik da, ne. Und, ja, Fehler passieren halt, wie ich schon in mehreren Videos jetzt gesagt hab, ja. Aber das war einfach nur ein Hammerspiel von Schalke. 3 zu 1 gewinnen die gegen Leipzig, also das hätte ich so nicht erwartet. Und dann noch in Leipzig, ne. Der Hammer. Ehrlich, der Hammer. Also, erst dachte ich ja so, ne. Um, aber ganz am Anfang, ne. So die ersten Minuten, ne. Da hat ja Nübel auch sensationell einen rausgeholt, ja, ne. Also, eine Weltklasseparade, ne. Also, und ich glaube, wenn die Leipziger da 1 zu 0 in Führung gegangen wären, dann... ...hätte das Spiel auch einen ganz anderen Lauf vernehmen können, ne. Ne, und ich glaube, dann wäre das auch ein ganz anderer Verlauf gewesen des Spiels, ne. Also, weil dann bist du erst mal in Rückstand und, ja, dann erst mal wieder aufzuholen und dann noch gegen die Leipziger. Das wäre, glaube ich, gar nicht so leicht geworden, ne. Ja, gut. Aber der Fußballgott war mit uns, sag ich mal. Ne, also, Hammer. Also, wie die Mannschaft momentan auftritt, das ist einfach nur großartig, ja. Das ist also gekämpft, gespielt von der ersten Minute an, sich in alles reingeworfen. Super, also, David Wagner, also, der hat wirklich ein sehr, sehr tolles Team daraus gemacht, ne. Und vor allen Dingen auch ein kämpferisches Team. Und so, wie wir das ja auch von unseren Schalkern eigentlich sehen wollen, ne. Kämpfen, ne. Und wenn man dann trotzdem mal verliert, ist das ja nicht so schlimm, ne. Hauptsache, man hat gekämpft. Die haben alles gegeben. Also, die haben 90 Minuten wirklich Top-Fußball gespielt. Kann man nicht anders sagen, ne. Also, großartig. Also, Hammer. Also, wenn die so weitermachen, dann. Also, dann. Sehen wir eine sehr, sehr großartige Saison. Von unseren Schalkern, ne. Ja. Aber, und ja, und dann. Gibt es den Elfmeter, der zum 2 zu 0 zum Halbzeitstand führt. Ja, gut, da haben sich die Leipziger aufgeregt. Aber, ähm, ganz ehrlich, wenn ich auch jetzt, äh, die Schalker Brille absetze, ne. Das war ein ganz klarer Treffer, man hat das gesehen und es war Elfmeter würdig, ja. Ja, also, da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen, also, wer da andere Meinung ist, äh, der muss ich sagen, also, der ist entweder blind oder, ne. Ne, ich weiß auch nicht, ne, ich meine, was muss denn noch passieren, damit es einen Elfmeter gibt, ne. Also, der Treffer war ganz klar zu sehen, ne. Und, äh, so hat, witzig, der Schiedsrichter auch gesehen hat, ne, im Videobeweis da, ne. Der hat sich das ja selbst nochmal angeguckt, ne, der Manuel Gräfe. Ja. Also, und, äh, wenn der schon sagt, das war ein Elfmeter, dann war es, ne, ein Elfmeter. Weil, ich kann den ja sowieso so nicht leiden. Der, ich weiß nicht, ich mach den Schiedsrichter einfach nicht. Aber, diesmal hat er auch gut gepfiffen. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, also, keine Fehlerentscheidung war zu sehen. Sehr gut. Also, da muss man auch mal den Schiedsrichter an den Hup geben, ja. Dass er dann, Gita, ein einwandfreies Spiel gepfiffen hat, ne. Ja, und dann folgt er 3-0, ja, und dann, nach der Halbzeit er 3-0, und dann, ja, noch, kurz vor Schluss, der Anschlusstreffer, äh, der Anschlusstreffer sei schon, der 1-3-Treffer von den Leipzigern. Aber, da hat Schalke auch nicht mehr viel anbrennen lassen. Also, nächste Woche gegen Köln, das muss wieder ein Pflichtsieg geben. Also, mit dem Auftritt, wie sie gegen Leipzig gespielt haben, also, mach mir da überhaupt keine Sorgen. Ja, dann ist das ein ganz klarer Sieg für uns, ne. Aber, wie ich auch immer sage, jeder, jedes Spiel ist anders, ne. Müssen wir auch mal so sagen, und, äh, aber ich hoffe wirklich, Leute, tretet auch gegen Köln so auf, das macht gerade richtig Bock, ne. Ehrlich, und die Dortmunder, die stehen jetzt derzeit nur noch auf Platz 7, ne. Umso besser freut mich noch mehr, ne. Die mit ihrer großen Fresse da auch schon, muss man ganz ehrlich sagen, und, ähm, ich hab nichts gegen Dortmund oder so, ne. Aber, das, was die da vor, am, am, vor Saisonbeginn da rumgeplaudert haben, ne. Und, äh, wir, äh, werden den Bayern große Konkurrenz bieten, ne. Ne, also, das ist bis jetzt nicht so, das sehe ich nicht so, ne, und, äh, die auch mit ihrer Einkäufe da geprallt haben, ne, hat auch noch nicht so richtig gewirkt, ja. Okay, es waren Top, Top, ähm, Top-Transfers, die Dortmund da getätigt hat, ne, und Top-Einkäufe, muss man ganz ehrlich sagen, ne, aber wenn die Leistung auf dem Platz nicht stimmt, dann bringen die auch diese Einkäufe nichts, ne. Und das sage ich auch immer wieder, guck mal, Schalke hat da, was haben wir da stehen? Wir haben keinen Reus, wir haben keinen Sancho, wir haben keinen Witze, wir haben keinen Alcacer, ne, und wir bringen solche Leistungen da ab, ne, also, und, ja, und Dortmund im Land ist nirgendwo, ne, tja, tut mir leid für Dortmund, ja, aber ist nun mal so. Ich bin jetzt kein Dortmund-Hasser oder so, ne, nur, äh, mich freut deshalb, weil sie die Dortmunder alle da so geprallt haben, ne, und ich hab immer gesagt, ne, ja, wollen wir erst mal abwarten, ne, lass erst mal die Saison beginnen, ne, dann sieht das vielleicht ein ganz klein bisschen anders aus, ne, ja, und jetzt sieht das nicht nur ein ganz klein bisschen anders aus, jetzt sieht das ganz, ganz groß anders aus, ne, naja, ist ja auch egal. Wie gut, dass ich kein Dortmunder bin, sondern Schalker. Ne, ich meine, ich weiß ja, wir haben letzte Saison auch scheiße gespielt, ja, muss man ganz ehrlich sagen, aber dafür, diese Saison, wir haben auch mit nichts zu tun, sagen wir mal so, ne, wir brauchen keine Champions League spielen, wir brauchen keine Europa League spielen, wir können Kräfte sparen, dadurch spart man natürlich Kräfte, aber wichtig ist auf jeden Fall für uns, dass wir zumindest in der nächsten Saison in der Europa League wieder spielen, ja. Ja. Aber nächste Woche erst mal gegen Köln und dann werden wir sehen, wenn wir das gewinnen, dann ist es der fünfte Sieg in Folge, also das wäre Hammer, das wäre großartig, also ich glaube an einem Sieg, also mein Tipp ist für das Spiel, wenn die so auftreten, 3-0. Wenn die so auftreten, wie gegen Leipzig, also, ne, die können auf jeden Fall nichts unterschätzen und dann sage ich jetzt, bis nächste Woche Sonntag, bis zu meinem nächsten Video, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020